Am ersten Wechselschalter schließen wir einen Außenleiter und den Neutralleiter an den Ausgängen des Wechselschalters, wo normal die Korrespondierenden drin sind, an und die grün-gelbe Ader in den L-Kontakt. Das heutige Video wird gesponsert von ElektroWandelt. Der ElektroWandelt ist ein Online-Elektro-Handel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Der zweite Schalter wird auf die gleiche Art und Weise angeschlossen. Der Neutralleiter und der Außenleiter auf die Ausgänge des Wechselschalters und der grün-gelbe auf den gemeinsamen L. An dieser Abzeugdose wird das Ganze verklemmt. Ein mit drei Adern zum ersten Wechselschalter, drei Adern zum zweiten Wechselschalter, drei Aderig-Zuleitung und die zwei Drähte zur Leuchte. Den Neutralleiter der Zuleitung legen wir auf den Neutralleiter vom ersten Schalter. Und auf den Neutralleiter vom zweiten Schalter. Dasselbe machen wir mit dem Außenleiter. Außenleiter erster Schalter, Außenleiter Zuleitung, Außenleiter zweiter Schalter. In diesem Fall brauchen wir bei der Zuleitung den Schutzleiter nicht, den habe ich mit einer Gämme abgeschlossen, einfach weg. Und jetzt kommt die zwei Adern von der Leuchte. Eine Ader, welche ist egal, auf den ersten grün-gelben vom ersten Schalter. Und auch auf den zweiten. Und jetzt legen wir Spannung an. Als erstes überprüfen wir die Funktion. Und das ist jetzt die gefährlichste Schaltung der Welt. Gleichermaßen gefährlich wie beliebt. Und ich erkläre euch auch warum. Das sind jetzt die beiden Anschlussklemmen der Leuchte. Jetzt ist die Leuchte aus. Jetzt dürfte doch auf keinem der beiden Klemmen Strom drauf sein. Ist aber. Wir hatten also den Außenleiter. Mit jeweils einem Ausgang vom Wechselschalter verbunden. Also mit einem der korrespondierenden. Und das gleiche auch mit dem Neutralleiter. Und dann haben wir die eigentlichen Eingänge L auf jeder Seite mit der Leuchte verbunden. Also Wechselschalter 1. Das ist die Klemmstelle. Wechselschalter 2. Jetzt probieren wir das Ganze mit durch. L1. Außenleiter. Ist durch diesen Schalter durchgebrückt. Durch diesen Schalter durchgebrückt. Das heißt, da steht jetzt L1 an. Schauen wir uns die zweite Geschichte an. Der Neutralleiter. Ist ja da offen. Der Neutralleiter ist auch hier offen. Da ist keine Verbindung. Allerdings. Auch der Außenleiter. Ist da wieder durchgebrückt. Und da liegt das zweite Mal L1 an. Mit zweimal L1 leuchtet diese Leuchte nicht. Aber auf beiden Kontakten. Beiden Kontakten ist ein Außenleiter. Früher hat man erklärt, das Schlimme war, wenn jetzt da eine E27 Glühbirne drin war. Mit dem Schraubgewinde. Hat das sein können, dass das Schraubgewinde unter Spannung ist. Selbstverständlich. Das ist ein Thema. Aber das Schlimmste in der Geschichte ist, dass sogar beide Stromführend sein können. Jetzt gehen wir das Ganze anders durch. Den Schalter lassen wir. Das heißt, da liegt L1 an. Das streichen wir jetzt mal durch. Und jetzt schalten wir da so her. Dann ist ja der Außenleiter unterbrochen. Das heißt, da kommt nichts mehr her. Daher ist das wie immer. Neutralleiter unterbrochen. Nur da geht der Neutralleiter. Dann liegt einmal der Außenleiter, einmal der Neutralleiter an. Was dafür sorgt, dass die Leuchte leuchtet. Das Ganze kann man jetzt hundertmal wechseln. Bleibt so. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel. Ein Online-Fachhandel. Bei dem ihr alles, was ihr braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Eins muss klar sein. Diese Schaltung ist selbstverständlich verboten. Selbstverständlich verboten. Darum habe ich, sage ich ja, gleichermaßen beliebt wie auch gefährlich. Gefährlich, weil man eben gar nicht wissen kann, wo Strom drauf ist und wo nicht Strom drauf ist. Man klemmt irgendwas ab. Man hat ja da auch höchstwahrscheinlich einmal einen schwarzen oder einen braun und einmal einen blauen. Und dann hat man plötzlich auf dem blauen einen Strom drauf. Ist wirklich gefährlich. Aber warum jetzt dann gleichermaßen beliebt? Naja, weil man unwahrscheinlich wenig Adern braucht. Die normalen, modernen Wechselschaltungen, so wie sie heute gebaut werden, muss von Wechselschalter zu Wechselschalter. Eine fünfadrige Leitung. In Altbauten, früher mit der klassischen Nullung, hat man ja auf jeden Schalter eigentlich nur, oder auf jede Steckdose, jede Zuleitung nur zweiadrige gemacht. Da hat es dann die dreiadrige gegeben. Wenn dann drei Adern drin waren, hat man das schon machen können. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist, da an jedem Schalter Neutralleiter und Phasen ist, darum, ich sage es nochmal, diese Schaltung ist verboten, war aber trotzdem beliebt. Weil an dem Schalter hat man L1 gehabt, am Schalter hat man eine Neutralleiter gehabt. Das heißt, man hat ohne weiteres eine Steckdose unter dem Schalter dazubauen können, ohne dass irgendeine großartige Vertrattung gemacht werden hat müssen. Selbstverständlich, ich muss das nochmal, ich kann das gar nicht oft nur sagen, diese Schaltung ist verboten. Verboten. Trotzdem, war sie sehr beliebt.